Wählen ist für mich wichtig, weil man sein Stimmrecht definitiv benutzen muss, um etwas zu verändern. Und es ist wichtig, vor allem gerade eben, dass man etwas bewegt. Jede Stimme ist wichtig, nicht nur die von den Erwachsenen und die, die sich damit beschäftigen. Wählen ist wichtig, weil man mitentscheiden kann im Geschehen, in Europa oder in Deutschland, auf der ganzen Welt. Wählen ist wichtig.